The other day Die Waffen, das ganze Zubehör ist wirklich grandios Ich spiele gerade den Modus Dropzone Ist so eine Mischung aus Team, Deathmatch und Eroberung Wenn man es ein bisschen mit Battlefield vergleicht Macht auf jeden Fall sehr sehr viel Bock Spiele ich sehr sehr gerne Also ich habe die Beta schon ein paar Stunden durchgezockt Macht auf jeden Fall richtig Bock Und mich hat die Battlefront Beta Einfach nochmal mehr überzeugt Oder stärker überzeugt als die Black Ops 3 Beta Deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen Mir doch wirklich Battlefront vorzubestellen Und Black Ops 3 kann bei mir Deswegen noch ein bisschen warten Ich denke mal so bis Dezember, Mitte Dezember Zusammen mit Joss Course 3 Das werde ich mir sowieso, das ist schon längst vorbestellt Und ja auf jeden Fall ladet euch Noch die Beta herunter, wenn ihr es noch nicht getan habt Es wird sich auf jeden Fall lohnen Soweit so gut, ich sage Servus und Tschüss Bis dann, euer Schnacke